Schimpf und Schande, der Dichter als Schandmaul. Weihnachtsfolge, Goethe beschimpfen. Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter als durch das, was sie lächerlich finden. Johann Wolfgang Goethe, von dem dieser Satz stammt, wusste, wovon er sprach. Denn er war nicht nur groß im lächerlich Finden anderer, sondern wurde auch von vielen seiner Kollegen selbst als höchst lächerlich empfunden. Eine lästige Begleiterscheinung des Dichterkönigtums, aber für uns ein unerschöpflicher Quell grandioser Boshaftigkeit. Den ersten Spötter hat es für alle Ewigkeit an Goethes Seite verschlagen. Als Denkmal, auf Gemälden, in Form von Salz- und Pfefferstreuern. Er klingt fast wie ein gekränkter Liebhaber und heißt Friedrich Schiller. Öfters um Goethe sein würde mich unglücklich machen. Er hat auch gegen seine nächsten Freunde keinen Moment der Ergießung. Er ist an nichts zu fassen. Ich glaube in der Tat, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Ich betrachte ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muss, um sie vor der Welt zu demütigen. Schiller hat der stolzen Prüde bekanntlich kein Kind gemacht und insgesamt eher stumm unter Goethes Egoismus gelitten. Etwas konfliktfreudiger war da Ludwig Börne, einer der Gründungsväter des politischen Feuilletons. Herr Goethe, was ist das für ein Mensch? Welcher Hochmut? Welche Hoffart? Jetzt lässt er alle seine Handzeichnungen, wie sie jeder aus seiner Jugend aufzuweisen hat, im Kupferstiche erscheinen. Der verkauft noch seine Windeln spannenweise. Pfui! Aber auch Börne ist ein wahres Lämmchen im Vergleich zu dem großen französischen Goethe-Beschimpfer Barbet d'Orevy. Dieser widmete seinem Lieblingsfeind gut 30 Jahre nach dessen Tod eine ganze Streitschrift. In seinen Augen war Goethe Ein deutscher Plumsack, ein für das Konkubinat geborener, bedürftiger Monogamist, ein Dekorateur, ewiger Arrangeur, Papierzuschneider, Langweiler, ein Träger, Prallhans, der Laster seines Geistes. Und auch die Ursache hierfür weiß er zu benennen. In Goethes deutschem Hirn ist immer ein bisschen Sauerkraut. D'Orevy ist einer der Staatsschützen für die posthume Goethe-Beschmutzung. Denn die Schmähung des Weimarer Übervaters reißt mit seinem Tod keinesfalls ab, sondern treibt wunderbare, immer neue Blüten. James Joyce bezeichnet ihn als Großmeister der Plattitüde und Gottfried Benn hält Goethes Novelle für Geschwätz, Narrheit, Geheimratsbehaglichkeit. Der aber wohl leidenschaftlichste Goethe-Beschimpfer war Arno Schmidt. Beginnen wir mit den sanfteren Aussagen. Nicht halb so bedeutend wie ihnen in der Schule, wozu auch Universitäten gehören, eingeredet wurde. Vielmehr bewusst aufgebaut, bis heute. 20% des Oeuvres höchstens sind gut. Aber mit neuen Gesamtausgaben sollte man den Büchermarkt nicht mehr belasten. Und schon ein wenig kräftiger? Bei Goethe ist der Roman keine Kunstform, sondern eine Rumpelkiste. Gewaltsam aneinander gepappte, divergente Handlungsfragmente, hineingestreute, übel an den Hauptfaden geknüpfte Novellen, Aphorismen, einander widersprechende Erziehungsmaximen, allgemeine Weitsprüchlein. Und zuletzt in seiner vollen Pracht über das Epos Hermann und Dorothea. Mitleid mit dem Geheimrat und Sauerkraut. Der Schrautpoet ist jedoch auch nach diesen Beschmutzungen kaum angebracht. Denn wenn es ihm an einem kaum mangelte, dann an Selbstbewusstsein und Arroganz. Es gibt keinen größeren Trost für die Mittelmäßigkeit, als dass das Genie nicht unsterblich sei. Sagt Goethe, verneigt sich vor der Mittelmäßigkeit aller anderen Geschöpfe und verschwindet lachend im Orkus. Denn so sind sie. Die wirklich großen Dichter. Je, das war der Mittel descent郊 inne. Je, das war der Mittelcito-Dichter. Ihr tut sich in der Mittelraham und geist als er schon. Untertitelung des ZDF, 2020